Hallo, ich bin der Hartmut, Weihnachtsmann Hartmut aus Zuholz. Ich habe über das Radio erfahren, dass hier heute ein riesen Treffen ist. Was treibt Sie an? Uns treibt sie an, weil wir heute Abend Musik machen wollen. Wir wollen Stimmung machen. Wir sind ein kleines Team. Wir haben uns heute überlegt, bei RBB war richtig die Sau rauszulassen. Na, was denn? Das wollte ich Ihnen bringen. Wo kommen Sie her? Ich bin ein kleines Team. Ein Gemütsch, ein Gemütsch, ein Gemütsch. Und ich komme durch. Wie finden Sie die Art, die ich gerne habe? Super, die sind. Macht's gut. Aber eigentlich nur die Friske, aber was machen wir? Ich bin ein kleines Team. Schönen Sie sich, du kannst die Armein. Wir haben uns vom Bier, die Armein. Wir haben uns vom Bier, die Armein auf dich. Ich bin ein wenig für dich. Du kannst dich all das sehen. Wir sind hier heute eingeladen, beim RBD ein kleines Session zu bringen und auch ein Weihnachtsfeierkanzler zu sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.